Meine Damen und Herren, ich habe den Superstar Ezel aus der Türkei live in Deutschland. Wie geht's? Gut, Baba. Und dir? Mir geht's sehr gut. Ich habe deinen Auftritt gesehen. Die Leute sind ausgerastet. Wie ist es für dich, in Deutschland aufzutreten? Super, was kann ich sagen? Super. Ihr versteht nichts, aber... Warum kannst du Deutsch? Ich wohne in Berlin. Seit zwei Jahren. Mein Deutsch ist schlecht, ich weiß. Nein, dein Deutsch ist schlecht. Ich kann gar nicht Deutsch, ich weiß, aber ich versuche. Dein Deutsch ist super. Danke. Ich kenne Leute, die sind seit 16 Jahren hier wie der, der kann kein Deutsch. Willst du auch irgendwann mal auf Deutsch rappen? Ja, natürlich, aber... Ich habe drei verschiedene Deutsch. Das ist mein dritter Deutsch. Spaß. Was ist dein Traumfeature? Traumfeature? Was sagst du, mein Dream mit diesen Künstlern? Kendrick Lamar. Welche Festivals spielst du noch? Splash und Frauenfeld. Da sehen wir uns. Ja, natürlich, Baba. Wann kommt dein neues Song? Ähm... Im Juli. Wenn viele deine Landsleute rappen wollen, Sänger werden wollen, was gibst du denen für einen Tipp auf türkisch, weil türkischer Markt ist ja komplett anders. Das ist ein schöner Abschluss, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Danke. So. Checkt ihn ab. Geht auf sein YouTube, TikTok, Instagram. Das war mein erstes deutsche Interview. Nein, dein erstes deutsche Interview. Wow. Macht mal einen kleinen Applaus hier. Erstes deutsche Interview. Danke sehr, Baba. Ich danke dir.